Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Das ist ja... Das ist ja unheimlich. Bei mir ist heute ein Kobold aufgetaucht. Und der heißt Pumuckl. Ich bin wieder da! Heißer Hurt da! Ich bin wieder da! Herr Eder, stellen Sie sich vor, die Magiaros wollen den Pumuckl fangen und eine Zirkusnummer aus ihm machen. Einen Pumuckl, den kann man nicht fangen, weil der Pumuckl ist ein großer, schlauer, zauberer Pumuckl. Dem kann niemand was tun. Ui, das ist aber eine komische Stadt, wo die Häuser Räder haben und die Pferde bucklig sind. Wissen gibt's ja nicht da. Ich spiele den doch nur keinen Sohn in Stichheit. Das war, das war ein Spaß! Ein Zirkus-Wurst-Hurmuckl-Spaß! Wiedersehen, Herr Eder. Was ist denn da los? Wo kommt das Eis her? Pui, Sultan! Pui! Was ist denn das für ein Trick? Pui! Um Gottes Willen! Da ist er, der Kumpul! Ratsi! Oh, Sapperlund! Krieg ich dich! Na, warte! Oh, kein Geld mehr, wenn ich wieder draußen bin!